Wir haben jetzt das Gehege geöffnet und haben hier hinten einen Stein weggenommen. Da kann er dann raus. Morgen bringen wir trotzdem noch mal Katzenfutter vorbei. Vielleicht findet er ja den Weg zurück. Und der Garten hier ist ja auch riesig. Ihr müsst eigentlich genug Futter finden. Also wir haben uns jetzt entschlossen, das doch hier ein bisschen umzubauen. Wir haben hinten die komplette Wand weggenommen und jetzt haben wir hier so ein kleines Häuschen gebaut. Wo man drin schlafen kann. Morgen kommen wir noch mal vorbei und bringen Futter. Der wühlt da hinten schon rum. Der fühlt sich da ganz wohl drin. Das ist ein kleines Häuschen. Das ist ein kleines Häuschen.